So, wenn das Ganze jetzt an eine Druckerei ginge, können wir es uns jetzt erstmal anschauen im Vorschau-Modus, wie das dann letztendlich aussieht. Ja, da rechnet er. Und dann kann man also sehen, hier ist dieses Kreuz nicht dabei, Gott sei Dank, diese ganzen Hilfslinien sind nicht drauf. Und hier, dieses Bild ist entsprechend abgeschnitten. Hier haben wir die Seitenzahl und hier ist dieses zweite Bild drauf. Ja, jetzt kann man das entsprechend speichern, Datei speichern unter, das wäre ganz normal die Dateispeicherung. Oder wir sagen Datei exportieren und dann als PDF speichern. Bevor das passiert, werden jetzt hier noch, wird auf einige Fehler hingewiesen. Die sind dadurch zustande gekommen, dass hier leere Textrahmen sind oder dass der Text größer ist als der Bildrahmen oder Textrahmen entsprechend. Und dass hier noch verdeckte Textstellen sind. Ich sage jetzt hier mal einfach Fehler ignorieren. Im InDesign ist hier das sehr komfortabel, die Fehlersuche, weil die unten in der Statusleiste gleich immer angezeigt werden. Das heißt, wenn man irgendwo was hat, was nicht passt, kann man damit sofort entsprechend berichtigen. So, hier passt eigentlich alles. PDF 1.4. Und wenn das Ganze an der Druckerei gehen würde, dann könnte man jetzt hier noch Schneidemarken, Anschnittsmarken, Farbbalken mit dazu nehmen. Und das Ganze würde dann so aussehen. Dauert jetzt ein bisschen, bis das berechnet ist. Und wenn man das PDF öffnet, dann sieht das Ganze so aus. Also das wäre jetzt hier die Seite 3. Man sieht hier die Passermarken, die Schnittmarken, die Farbbalken. Und so macht dann die Druckerei entsprechend weiter und hat dann hier entsprechend den Ansatz von der Schneidemaschine. Und das Ganze wird gebunden und dann ausgeliefert.